Ich liebe Oga töten, die sind immer so langsam und fett und dann kommt sie Wir können höchstens noch mal da hoch schauen Wir können ja noch mal lösen, vielleicht ist es jetzt einfacher wie letztes Mal Jetzt gehen wir da mal nach, lösen da noch mal und dann gucken wir mal, ob wir das wirklich machen oder ob wir es nicht machen Und wenn wir es nicht machen, dann gehen wir zurück nach Telsamar und gucken, ob es da Quests gibt Und wenn es da keine gibt, gehen wir noch mal zur Station Algaz, vielleicht schickt der uns ja dann über Eigenbandausgrabungsstätte Wir graben hier alles aus, wie sind die Zwerge? So neugierig, was ja alles im Boden rumliegt Gleich Frostnova, aber er macht gut Damage Wir kriegen keinen Crit Nein, unterbrich's Oh, da oben ist ein Vogel Was ist Energie? Mach keinen Schaden, Energie, mach keinen Schaden Oh mein Gott, 2430 Oh mein Gott, Omnomnom Fünfte ich mehr ein Huhn? Ich hätte nicht viel zu tun Kick Gleich klatscht's, aber kein Beifall Komm her, Huhn Going down Son of a Huhn Laufen wir da gleich raus Und dann töten wir dich Und dann essen wir Fleisch Das mache ich immer, nachdem ich jemanden getötet habe im Real Life Wir werden erstmal hier Fleisch gegessen Am besten Hammelkoteletts Oh ja Meine Leibspeise nach einem guten Mord Cast ein Scheiß, cast ein Scheiß, cast ein Scheiß auf mich Dann töte ich dich im Gesicht Und du bist nicht mehr Komm schon, gib mir nochmal einen Crit Das wär jetzt geil Oh, das wär's geil Gib mir einen geilen Crit Komm schon Komm schon Nein Nein Ausgezeichnet Eine Rein-Raus-Operation Die hab ich am liebsten Das alte Rein-Raus-Spielchen If you know what I mean Das alte Rein-Raus-Spielchen im Loch If you know what I mean Ein Erdwälzer Ja, geil Das will ich auch mal werden, wenn ich groß bin Papa, Papa, was bist du? Hallo Sohn, ich bin Erdwälzer Leck, stell euch mal vor, wenn ich zwei Köpfe hätte Ich könnte ein Let's Play Together mit mir selber machen Wie geil, wer das denn? Frostmage, hey, so cool hast du ein Elementar, hey Darf ich einen Bekleider haben, hey Was machst du, hey? Oh, Rachel, du bist ein Kind Cool, hey, bist ein Kind, hey Und da sind die ganzen Elite-Wölfe Die Quest will ich nicht machen Da hab ich Angst davor, ohne Witz Boah, ich hab so Angst vor den fucking Viechern, echt Ja, shit Nee, das machen wir nicht Vergiss es, das meine ich Das ist zu riskant für Ironboon Da geh ich nicht rein 2500, Kack-Elite Aber wir gehen's jetzt an, Leute Wir gehen's an Hier ist dein Schlüssel Zwing mich nie wieder sowas zu tun, du Bänge Was ist das los? Jetzt bist du buggy auf einmal, oder was? Aber unsere sind alle offline Das heißt, es gab einen riesen World-Lag Das heißt, es kann wirklich durchaus sein Dass wir gleich tot sind Wenn wir uns einloggen Ich hab alle Szenarien in meinem Kopf durchgespielt Was passieren kann Die Möglichkeit hatte ich nicht bedacht Ähm Aber Wir werden nicht angegriffen Und wir leben Und es wird alles geladen Und Wir Haben aber Doch, wir haben auch den Käfig-Schlüssel Renders Lager Render, nee Der tut Videos Render Ja, geil Töten ihn einfach Oh, Alex, sie töten einfach alles Wie geil ist das denn? Päh, da schlagen sie ihn nieder Da schlagen sie ihn nieder Oh, da kämpfen sie nicht mehr Da stehen sie schon Und haben ihre Waffen und alles Ja, Leck Wie geil sind die Nerds eigentlich? Das sind deine Habseligkeiten Komm Zieh dir was an, du Bänge Aber Alles ist wichtig Ich mach nichts off-cam Es kann immer irgendwas passieren Hier bei Iron Boone Und wenn was passiert Dann wollt ihr sicherlich dabei sein Ihr wollt sicherlich sehen, wie ich sterbe Ihr Wichser Ihr wollt sehen, wie ich verricke Was bist du? 1,17er Pferdenleser Schaut durchs Fernglas Schaut uns direkt an Aber sieht uns nicht Zu geil, diese Orks Zu geil Hä? Ist das ein Magier? Oder ist das ein Huhn? Hä? Hä? Ist das ein Mensch? Oder ist das ein Vogel? Ich weiß es nicht Mein Fernglas ist beschlagen Wie Yoda ich rede Den Weg lang gelaufen Ich komme Ich bin Yoda Der Yoda-Ork Ich bin auch grün Puh-Galipuh Angriff Beiß ihm in die Eier Und dann sind wir da drüben angekommen Und dann haben wir den Riesenfisch im Wasser entdeckt Oh mein Gott Da ist er Oh mein Gott Antiquarius Du wirst mich nicht noch einmal töten Mein Freund Nicht noch einmal Damit haben wir alle Quests Und damit haben wir Nein Wir müssen in den See Nein Wir müssen ihn dann sehen Stufe 17 Okay Die sind nur alle tot Wahrscheinlich Weil der andere Mage Da gerade gelevelt hat Oder was? Oh Oh Wir haben gar keinen Sprint Da ist der Fisch Dürfen keine Frostnova benutzen Sonst pullen wir eventuelle Füchse hier mit Die Eventualitätsfüchse How much is the Fisch? Aber Dann hat jemand was geschrieben in den Kommentaren Und hat gesagt Ich guck extra deine Ironboon Reihe Weil bei dir ist das wirklich schwer Und du pasch auf Und du musst so wirklich jeden Mob abwägen Und daraus ergibt sich die Spannung Und darüber hab ich gar nicht nachgedacht Weil das stimmt Ich mein Wie sind wir hier immer am Flatter schissen Und am rumgucken Ob wir den Mob machen Ob wir ihn nicht machen Und ob wir sterben Oder nicht sterben Und daraus ergibt sich natürlich Finde ich zum Zuschauen Bestimmt Natürlich ein bestimmter Reiz Ne Und deshalb Höre ich jetzt auf rum zu mummeln Beschwer mich nicht mehr Stellt sicher Dass wir immer getarnt sind Die Eugen Wenn sie uns bemerken Alter Mach mir halt noch mehr Angst Du Wichser Ich Ah Fucking Herr Diese garstigen Stufe 18 Robo Schreiter Wichser Oh Gott Ramob Sprintet mich an Warum stellt man auch da gleich so eine Ramo wieder rein Meine Fresse Ja du musst mich ansprinden Du bist der schnelle Schreiter Wir haben es kapiert Die Gnome haben dich gebaut Und du drehst völlig durch Und du bist schnell Deshalb höre ich jetzt auf rum zu mummeln Es ist eine Höhle Voller durchgedrehter Roboter Hühner Alter was geht denn hier ab Mann Was ist denn das für eine garstige Höhlenarchitektur Die ist mir völlig unbekannt Beschwer mich nicht mehr Kann ich irgendein anderer Spieler Hier jetzt mal leveln Und da einfach durchquesten Und mich da durchlassen Stirb doch einfach mal Wenn ich dich töten will Stirb doch Deshalb höre ich jetzt auf rum zu mummeln Oh Mann Dass ich das nicht kicken kann Das nervt mich Oh nein Das ist so eine Höhle Oh die hasse ich Beschwer mich nicht mehr Ich hasse einfach Höhlen Bei der Iron Boone Challenge Ich hasse sie Das ist so gefährlich Ja leckisch Das ist wieder eine Scheiße Kann man nicht einmal eine normale Quest machen Mann Deshalb höre ich jetzt auf rum zu mummeln Beschwer mich nicht mehr Nein Das ist ja noch einer Die sich aufstricken Entschuldigen Die ficken uns ja ab Die Fotze Jetzt kommt der letzte Ansturm Das ist die letzte Welle Das ist wie die Feuerprobe Nur im pvp Das ist die letzte Welle 5000 Ehrenabte Siegel Verbunden Seil Obwohl ich nur hier rumstehe Gezettbengel Danke 16 Sekunden Ja man Das haben wir im Sack Das haben wir im Sack Alla Das haben wir in meinem Riesensack Oh das ist noch ein Schäuke Ich rieche am Arsch meines Pferdes Oh ja Das mache ich Dein Arsch recht gut So Jetzt holen wir uns hier eine Bömmchen Guck mal hier ein Bömmchen Probier mal lieber Und dann gehen wir da hoch zum Törschen Und dann sprengen wir uns auf Du Wir sind hier voll der Underdog Mann Der einzige auf der Seite Aber wir regeln das Wir haben das im Griff Wir sind die Geheimwaffe Relikt kann man mit angriffen Ja leck mich Was ist denn hier los mit der Allianz Was ist denn das für ein BG Die wie Horde weiß gar nicht Die werden links und rechts an die Ohren geklatscht Da schüttelt jemand am Ohrfeigenbaum Haben wir irgendwas besonderes gerissen? Nö Oder? Zugefügter Schaden Ah falschrum sortiert Wir sind wieder hier Mit Fanboons aus der Gilde Wir haben dabei He Moik He Moik He Moik He Moik 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 Der kifft das Sterbsteu Zeug 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 Cool eh Das ist ein großes Mount eh Ein bisschen Infinity eh Ein bisschen Healscharme eh Kung Fu eh Kannst du auch noch eh Blutrünstig Das ist auch noch eh So cool eh Cool eh Hallo Lazy Kann ich dich mal als Tag kriegen Du hast hier ein schönes Transmog Rote Legion Oh mein Gott Die all ihre Tage Das ist aber immer so Ich stehe immer da wo nix kommt Und dann reg ich mich auf Wenn dann ziehe ich den Klumpen Und denke Oh der Klumpen Allianz Hat bestimmt viel Spaß da drüben Und ich stehe hier Und guck blöd Ich bin da morgen Ich laufe hier mal kurz durch Mit meinem Jojo Oh fucking hell Jetzt kommen sie hier big Sag mal Lass mich doch aufmountain Sag mal Willst du mich verarschen Ey was Du Fotzenpferd Oh der geht down Hat wenig eh 350.000 eh Kleine Kleine Fotze Kleiner Big Sound Everybody geht to the Chopper TV Sägewerk Warmer Fernsicht Da Was macht der Horde Schami Pippelt hier rum beim Hof TV Sägewerk Hier wieder mit Moon Moon Oh er ist in seiner Nacht Elfenverstohlenheit Ja leck Ist das ein cleverer Krieger Da kommt er wieder Der Krieger Da kommt er Und greift Jeffrey an Der Mönch lebt auch noch Komm wir schauen das mal Aus der Perspektive an Von Gara Ein nahtloser Übergang Habt ihr das gesehen TV Sägewerk Hier sieht man nicht mal die Katze So gut geschnitten hier Schauen wir mal Dass dann der Schmiede so abgeht Und er läuft aufgeregt Von links nach rechts Mit dem hässlichen 20 Euro Mount Aus dem Shop Der Heiler Da geht er Geht er allein auf Mission Um die Mina hinzunehmen Ja leck Was ist denn da los Hier was macht Spielen Komm fuck off Cracknigger Du hast ja nichts verloren Mit einem Fotzenkrieger Ich bin Rang Ich bin Krieger Ich kann wirbeln Ich bin wieder Cooler Krieger Alter Displayen uns Geben uns Schild Geben uns das Hin und her Springen Gebet Nice Hin und her Springen Gebet Ist so OP Oh wir können auch noch Eine Bubble stellen Komm Machen zwei Bubbles Hier aus Wie Bubis von oben Bubis Wie heißt er Rassehund Mein Gott Ich weiß Das ist was ganz normales Aber es könnte auch Ein Nazi Namen sein Hallo Ich bin der Rassehund Diszi Priest Komplett und weiß Mit weißen Handschuhen Weil wir so fucking heilig sind Dass wir einfach nur Weiß tragen können Und Licht Weiß und Licht Tragen wir Müssen wir hier Den Dekan noch hochhalten Oder doch Was machst du jetzt Was machst du jetzt Nein Ich stehe in der Kugel Nein Mann Da müssen wir raus Ich habe geklickt Warum habe ich es geklickt Wenn ich es auf Hotkey habe Ich bin so scheiße Nochmal Geht du die Job Dispel Und dann können wir uns Unsichtbar machen Dein Feenstaub ist nämlich weg Kleine Gay Fee Wir sind die Horde Wir können Heiler töten Aber wir können keine Kugeln holen Nicht zu viel Zu viel Gehirnpower Die da gebraucht wird Nicht ins Wasser Wir sind Feuermage Nein Von dem Scheiß hier Von dem träume ich nachts Dass ich irgendwelche Pyro Schläge Im Real Life Prox habe Die ich hier reinhauen kann Oh Da geht es auf unseren Flaggenpräger Ich habe keine CCs mehr Und der Jäger springt Nein Nein Oh Oh Lecker Bei uns ist geredet hier Fuchs hatte übrigens Eine geile Strategie Er hat sich ständig Namen gemacht Mit Anal Und dann musste er jeden Tag Seinen Namen melden Weil er immer reported wurde Und er hat so Aufmerksamkeit erregen wollen Von dem GM Und dann wollte er mit dem GM reden Und ihn um einen Overwatch Später kiepen Oh ich bin Kitty Ich muss irgendwie was cooles spielen Ich spiele Untod Oder ich spiele einen großen Org Dann fühle ich mich voll mächtig Oh ja Hey Son Was geht ab heute da Komm Wir schlachten die Allianz Mein Kleiner Wir schlachten die Allianz Mein Kleiner Komm schon Komm schon Baby Grinder Wir holen sie uns Dann gehen wir gleich mal hier Ein bisschen Speed holen Und dann gehen wir Das hört sich an wie Freitag Abend Beim Trogendealer Gehen wir gleich mal ein bisschen Speed holen Und dann noch ein bisschen Koks Nächste sie Da ist noch ein Schuhe Da können wir wieder totpimmeln hier Totpimmeln Geil alle Hoffentlich kommen meine ganzen Wörter Mal in Duden Jetzt habe ich gedacht Mein Tisch ist ein Allianzler Fuck Tische und Allianzler Sehen schon gleich aus Weshalb unsere Horde Brüder Da oben sind komplett inkompetent Und können es nicht mit einem Vermüster aufnehmen Jep So viel dazu Fuchs Also echt mal Wie sehen wir alle zum Meisterstrategen werden Im Battleground Ich bin so gut in Strategie Ich könnte Ich könnte Im dritten Weltkrieg Admiral werden Oder sowas Ich sammle meine ganze Erfahrung In World of Warcraft Was macht der Jäger Der checkt es auch nicht Dass ich tapp Ausgezeichnet Zwei Eins Tapp Trottel So ein Trottel Du hast BG verloren Für die Allianz Du hast verloren Nicht wundern Nicht wundern Meiner Maus geht es gut Epilepsiker Maus Und wir gehen mal auf unser rote Skelett Pony Skelett Pony Raus blinken Oh wir müssen blocken Oh warum geht Der block ist manchmal so lame finde ich Da geht einfach nicht Oh ja Oh kannst abwehren Hey du bist der Jäger Hey Ah guten Morgen Wir rechnen heute mit starken Meteorschauern in ihrer Gebiet Ja Oh ja Nein Da kann ich gar nicht jagen gehen Ich bin der Fragezeichen Jäger Oh Schurke Block Da wohl der Börsen Du Nerd Schurke Dafür opfere ich gern meinen Block Einfach um den Schurken hier den Tag zu versauen Frostschutzmittel Oh da geht er wieder weg Da ist wieder dieser Fotzenknecht Bewegt sich Richtung Ali Oh Gott es bewegt sich Richtung Ali Das sind zu viele Ich bin alleine Aber es ging als Horde rein Suck it nerds Bloodlust Kampfrausch Ich bin der Drache des Westens Man nimmt mich den Moonboon Den Grindr Herzlich willkommen zurück bei Battlegrounds mit Moonboon Und ich muss niesen Ich glaube ich muss Und wenn der Russenball dich überrollt Dann ist fertig Fertig ist dann Fertig Kennt ihr die Leute Die Stadt fährt Mit PF Sagen sie einfach fährt Gestern bin ich auf einem Pferd geritten Ein Pferd Geh mal runter Und dann werden wir gleich angecharged Ich glaube wir hätten einfach oben bleiben sollen Komm Ey wo ist das Leuchting Ah es ist auf der anderen Seite hier Leuchting Why have you forsaken me Leuchting Leuchting Ja sehr gut Aber ich habe noch einen Drachenodem in der Face Und dann habe ich immer noch meinen Block Den wir jetzt Nein Es war wieder zu spät Der Russenball ist zu groß Der Russenzerk ist zu hart Der Russenpenis hat mal wieder zugeschlagen Hier mit vereinten Kräften in unser Gesicht Das reicht nicht Nee Wir sterben wie die Fliegen da vorne Das reicht nicht Der Detail ist in Gefahr Was Wieso Ich habe gesagt Das reicht nicht Wieso reicht es auf einmal Wer hat das jetzt Ein Schurk oder was Stripag Alter Crafts Army So der Boss hier Da legt er die Bomben Boah Für ihn könnten wir hier ein Dings machen Dann kann er nicht venischen Was Wieso kann er venischen Was ist das für ein Schimmelpimmel Gott an was man alles denken muss Wenn man fucking Jäger spielt Jäger ist schon eine einfache Klasse Ich muss ja nix denken Kann ich noch jemand vögeln Komm her Da den Scham hier können wir vögeln Yeah Ich habe jetzt eigentlich das Gefühl Ich habe was anders gevögelt Wen habe ich gevögelt Das ist das Problem Am Samstagmorgen Wenn man aufwacht Und dann denkt man Hä Dann habe ich gevögelt Damit rechnen sie nie Komm Alla Ich könnte es halt auch so anklicken Dann holen wir gleich den nächsten Verwüster hier Überleben wir das bis dahin Nein Schuhege Nein Oh Was für ein Wichser Schuhege Echte Was Wann haben denn wir Die sind alle geklaut Die Kills sind alle geklaut Ich habe nicht mal gegen acht Leute gekämpft Warum habe ich acht Kills Weißt du was wir machen Was Wir gehen beide auf unsere Krons Und machen Kron Geräusche Okay Irgendwas wollte ich gerade sagen Wen ist es entfallen Weil ich glaube in meinem vorigen Leben War ich ein Kron Das glaube ich nicht Mit dem Namen Moon Kron Moon Kron Wört Leute Was up Moon Kron Hier Du gelingst wie so ein Hund Wo keine Luft bekommt Was wie ein Hund Der keine Luft bekommt Ja da gibt es halt die Hunde Die Hunde Ist das ein Wops Der ist Madiker Pudel Ich bin das ungeheuer Mann Das im Schwarzforst lebt Ich bin der Nachtkrab Komm wir laufen rein Fuchs Okay So wieder so episch Ja episch reinlaufen Frische Waren Van Balaran No Leg GG Wart Und sie zählen ihr Face Ah exekute Fuck you Mage Alter Fuchs Nicht auf der Arena Episode rumrübsen Hey wir haben keine Gegner Revan Revan Was machst du da hin Ich bin das Waldmonster Ich bin der Nachtkrab Alter Ich bin der Nightcrab Waschmaschine im Leben Länger Merzsturm Am Ziel Bis zu Ich bin der Nightcrab Ich grabe dich in der Night Bliall Wer nennt sich denn Bliall ...? Das heißt Belial Ja das heißt Belial Aahhahahahaha Belial Bliall Bliall So ein Gaylord hast du das grad gesagt Des ist der Insider Das heißt Belial Bliall Belial Mach nur , oooo jetzt haben sie mich gleich jetzt jetzt komm 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 zum Ich habe nichts gemacht wie er ist, wie hast du das wieder hingekriegt? Ja... Haha... Haha... Nice Moony, beide dir! Naja natürlich, mach auch mal was wie er ist. Ja klar, ja. Wieso bin ich überhaupt hier? Ich könnte mal Kaffee trinken jetzt. Streck dich mal an hier! Jetzt haben sie einen Schalm zu C hier. Huuuuh! 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 Echt? Huuuuh! Jetzt haben sie mich! Nee! Geh weg! Hahahaha! Hahahaha! Und ich habe nichts zum abhauen. Ich auch noch nicht. Huuuuh! 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 Ich verwandel mich gleich in den Super Saiyan Man, wenn es so weiter geht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ich gib dir Silence! Erd Silence! Huuuuh! 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 Da gibt er mir die Blutelfenstille! Was für eine Schwuchtel! Kannst du mich irgendwie noch heilen? Ja! Ja! Ah! Ich bin oben! Ich bin oben! Ich bin oben! Nein! Du isst nicht! Aus voller Wut wird jetzt da gesprengt! Hast du die Schafe getötet? Nein, noch nicht! Oh nein, sie laufen weg! Lauft Schafe! Nein! Lauft! 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 Da, der Fuchs geht rein! Huuuuh! Oh Gott! Du hast die Schafe alle getötet! Alles! Krieger hat auch fast nichts mehr! Vielleicht, ja! Den kannst kiten! Eisfahle, komm! Du weißt, wie es läuft! Du bist der Jäger hier! Du bist der Boss! Nein! Ach nicht! Aber macht nichts! Der ist down! Der ist so gut wie down! Tosch an runterzuspringen! Yeah! Ahuuu! Pfff! Ey! Hahaha! Es fliegt die Wolkenklange! Ja! Fick dich, Mann! Ach! Ist das geil! Gleich mal weg! Oh! Der Gipfel der Gefühle! Ich grüße die Bea! Hallo Bea! Und ich grüße natürlich die Chessie! Hallo Chessie! Na warum natürlich? Wieso nicht natürlich? Warum natürlich, hä? Warum natürlich, hä? Warum natürlich, hä? Hahaha! Oh je! Ich geh mal unsichtbar, dass du dich fisten und dann schieb ich einen, ok? Toll! Ja toll! Genau, so machen wir's! Ich kann den Dudu hart kiten hier! Nice! Endlich bin ich mal die Klasse, die kiten kann! Endlich! Kannst du sie irgendwie noch töten? Ja! Ja! Ich hab den Dudu getötet! Ja, jetzt soll sie gehen! Sag mal, was hast du mit dem Krieger gemacht? Hahaha! Hahaha! Nein! Da komm ich um die Ecke und erstaunt, oder was? Ja! Ja! Ich hab den Babycrinder, hab ich ausgepackt! Siehst du es? Vielleicht hat der so viel Damage gemacht! Ahh! Babycrinder! Hast du Damage gemacht? Nein! Nein! Ich hab ihn gekickt! Ohhhh! Da kommen die CCs! Und da kommt die Druckwelle! Und da kommt der Meteor! Ohhhh! Lauf rein in die Meteor! Lauf rein! Ja! Lauf rein! Bäm! Aber da gibt es sich ein Hot! Der Hot wird gedispelt! Und dann kommt die ein Procken! Nice! Zwei Meelis! Hahaha! Die haben wir im San Carlos hier! Das ist dann Carlos Fernandes, dann Pablo und Sanchez! Paolo! Paolo! Paolo fehlt immer! Okay, dann schieb ich den Krieger! Ich schieb den Krieger und dann töten wir den Schurken! Alles klar! Ah! Jetzt hat er mich vorher gesapt! Ich schieb den Krieger! Nein! Alter! Wie gut sind die eigentlich? Ach! Fuck! Jetzt hab ich ihn aus dem Target verloren! Das sind immer Sekunden! Millisekunden hier! Wo das ausmachen! Du! Jetzt! Ihr zwei! Boah! Vielleicht ist er allein wie er ist! Oh! Nein! Nein! Oh! Oh! Nicht anfassen! Hahaha! Nicht auf mich! Nicht auf dir! Die weg von mir! Die machen dann immer ihr! E-E-O-A machen sie! E-O-A sogar! E-O-A holt mich raus! A-O-A war früher mal! Oh nein! So! Jetzt sind... Ja jetzt hab ich Zeit! Zeit für mich! Hast du ein bisschen Zeit für dich selber höheres? Ich brauch schon ja auch mal! Ich brauch schon ja auch mal! Ich brauch schon ja auch mal! Ne! Nice'n Melee! Der ist bestimmt alleine! Ja! Hahaha! Oh ne! Jetzt haben wir's durchschaut! Hahaha! He-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu! Hh-U-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu! Ja! Ab ins Dampfband! Ja! Das hab ich jetzt für dich! Hh-U-U-Hu-Hu-Hu-Hu! So! Ich kann gar nichts mehr! Ich muss erstmal wieder voll reinkommen, ich stürme in der Luft! Ach, du bist tot? Was ist denn los mit mir? Ich fühle mich gerade, als würde ich zum ersten Mal in meinem Leben schwer gespielen. Aber wirklich! Axel Springer Verlag. Nix, weil wir auf dem Axel rumspringen. Der Axel Springer Verlag. Das war ein Fehler. Da haben wir echt einen in Wind, ich glaub's ja gar nicht. Ja man, der Schoen ist wieder da, Baby, er lebt wieder. Wie macht der Kronfuchs? Was? Der macht nicht so. Natürlich macht er so. Nee. Aufsitzen. Hast du gehört, wie er gemacht hat? Ja, ich hab's leider gehört. Lol. Ich bin ein untoter Priester, schau' mich an. Was? Der sieht genauso aus wie der Papst, mit der Züpfelmütze. Und der kommt doch aus Argentinien, da brauchen wir doch auch so viele Albinos hier. Weiß. Aber du kannst ihn hart geben nun nicht. Nee. Doch, du bist ein Schurke, denk dran. Ich weiß. Aber ich hab ähm... Vergiss nie, dass du ein Schurke bist. Du hast das tödliche Giftroben. Ich weiß. Ich weiß. Fuchs, danke, dass du mich dran erinnert hast. Alter, wie oft kannten der noch blinken, der Wix-Kopf, echt? Jetzt wird gebürstet. Komm her. Ahhhh. Lass mal stehen. Bleib mal stehen. Ich steh. Na zu mir rüber. Ja. Ja. Ich bin doch verstohlen. Das ist nicht überhaupt richtig. Ja, ja. Ein Selfie geht schon. Oh, Leute, ich mach noch ein Selfie. Ich kann nicht mehr raus. 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 In deinem Verlachstumoni. Nein. Das könnt ihr im Moment nicht tun. Fuchs, nein. Ich kann nichts machen. Fuchs, nein. Komm jetzt raus da. Das geht nicht. Ich kann bloß mal rückwärts laufen. Du musst unten rechts auf das... Alter. Auf 6. Du musst 6 drücken. Am 5 muss ich drücken. Ahhhh. Ahhhh. Einmal mit Profis. Wo ist das Leuchtfeuer? Angst, Angst. Kein Leuchtfeuer. Dann gehen wir am Hexi, ja? Gut. Ah, fuck. Da ist es. Fuchs, nicht rülpsen im Video. Wie oft habe ich es dir schon gesagt, Mann? Ich weiß es nicht. Du hast jetzt sogar Zeitverschiebung. Benutzt das überhaupt alles? Nein. 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 Ja, aber Fuchs, wenn du es ähnlich benutzt, kannst du doch etwas Passives nehmen, wenigstens, dass es dir etwas bringt. Aber pass auf. Was hast du da? Wenn du jetzt in der Sturmschel drin stehst und dann ziehst du das einer so um den Kopf und denkst du so, boah, ist der krass. Einfach nur für den Style. Ha. Schaust du an, wie es abgeht? Ja, Mann. Voll geil. Du verwirrst jeden damit. Ha. Dann verwirr mal die Leute in der Arena damit, wenn sie Bursten. Was meinst du, die verwirrt sind? Dann bin ich verwirrt, wenn ich wieder auf einer anderen Position stehe. Wenn ich mich dann wieder fange, bin ich tot. Ha. Boah, wie heißt der der? Risteng... Rist... Nee, nee, nee. Rising Tide heißt er. Wieder so ein englischer Name. Ich krieg schon wieder ins Kotzen. D sol. Bi- D poi, was schön, postsier. Bis zum nächsten Mal. Dann pathnen Sie mal, wie heißt der TR. Bis zum nächsten Mal, wie heißt. Also abonniert, du bist zum nächsten Mal.